Jetzt möchte ich mal zeigen, wie man mit einer richtigen Buchführungssoftware oder Finanzsoftware wie beispielsweise Lexware Professional eine BWA erstellen kann. Dazu habe ich mir dieses Produkt installiert. Es ist zwar schon eine ältere Version, aber das spielt keine Rolle. Ich habe mir einen Datenbestand angelegt und habe einige Einnahmen und Ausgaben erfasst. Hier in dieser Software geht das etwas professioneller und zwar über Buchungssätze, denn das ist das, was der Buchhalter macht, der Steuerberater oder der Rechnungswesenexperte. Er bucht, soll anhaben und kann dann am Ende hier oben durch beispielsweise einen Klick auf BWA eine erweiterte BWA drucken oder exportieren in Excel oder wie auch immer erstellen und hier hat er wesentlich mehr Möglichkeiten zur Auswertung als beispielsweise in der Steuersoftware oder als in Excel, wie ich es in den anderen Videos erklärt habe. Ich habe also hier gesagt, ich drucke und zwar alle Buchungen für ein bestimmtes Wirtschaftsjahr oder eine bestimmte Periode und ich kann dann zusätzlich in die Auswertung eine Kostenstatistik aufnehmen mit normalen oder Vorjahresvergleichen und kann dann auch Konten entsprechend zusätzlich hinzufügen, sodass ich alles genau nachvollziehen kann. Ich habe jetzt mal die normale Kostenstatistik genommen für ein Wirtschaftsjahr und gehe dann auf Vorschau und dann sehe ich sofort innerhalb von Sekunden wird die vorläufige betriebswirtschaftliche Auswertung für die Firma erstellt, sodass hier das Jahr mit prozentualen Veränderungen und auch die kumulierten Werte mit prozentualen Veränderungen, wie damals oder wie schon in dem anderen Video in Excel gezeigt wurde, ausgegeben wird. Hier kann ich jetzt noch die Seite, Seite 2 mir anschauen, das kann ich ausdrucken und habe damit meine betriebswirtschaftliche Auswertung. Wenn ich jetzt hier allerdings den Vorjahresvergleich wähle, dann ist das auch kein Problem und kann dann über Vorschau plötzlich das Jahr oder den Monat mit den Vorjahreswerten, den Betrags- und prozentualen Veränderungen und auch den Jahreswerten mit den entsprechenden Positionen sehen. Also genau das, was ich in Excel gezeigt habe, kann man hier ganz automatisch und professionell in der LexWare Buchführungssoftware erstellen und ausdrucken. Demzufolge auch hier der Hinweis, bitte überlegen Sie, ob es notwendig ist, Excel zu verwenden, ob Sie eine einmalige BWA erstellen wollen oder ob Sie regelmäßig eine BWA monatlich oder jährlich benötigen, für sich selber zur Übersicht oder auch für Kapitalgeber oder andere interessierte Personen, die wahres Interesse daran haben. Dann würde sich also die Anschaffung einer Software lohnen, etwa hier einer Buchführungssoftware, wenn Sie gar selbst die Buchführung übernehmen oder der Steuersoftware, wenn beispielsweise der Steuerberater mithilft. Sie müssen Ihren individuellen Fall entscheiden und dann eine von diesen Varianten auswählen, um Ihre BWA selbst erstellen zu können und zwar genau die, die für Sie am aussagekräftigsten ist, denn Sie haben ja gesehen, es gibt mehrere Varianten, mehrere Techniken und mehrere Standards, die benutzt werden. In diesem Sinne viel Erfolg bei der Erstellung der BWA!